Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge und ja, wir spielen wieder Halix Jump und ja, ich habe mich ein bisschen hochgeputscht, auf Level 16 sieht man oben und ja, wir fangen mal an. Okay, diese Cheyenne Lorenz, danke auf jeden Fall und ich mache gerne die Videos, du kannst ruhig alles sagen, oh Mist, du kannst ruhig es sagen, oh man, du kannst es ruhig sagen, ist gut, warte, warte, du kannst ruhig sagen, was du willst, natürlich auch andere, aber ja, ist schon ein cooles Spiel, kannst du die eigentlich auch herunterladen, ist kostenlos, ne, damit du es weißt, ja, ist schon ein sehr cooles Spiel, auch was für Köpfchen, also ich habe es mal in der Klasse gezeigt, sie dachten, ja, kennen sie und ja, jetzt spielen sie es auch, ist ja gut, ne, beliebt, 100 Millionen Leute, mehr als 100 Millionen Leute haben es schon installiert, das ist richtig viel, das ist richtig viel und jo, oh, der war gut, also ich finde es ein sehr cooles Spiel, auch wenn man denkt so, oh, da springt ein Ball herum und man muss einfach nur runter, ja, aber wenn man das mal spielt, dann ist es richtig cool, das ist richtig, das ist obergenial, dieses Spiel, ich dachte auch so, bei den Videos, oh man, bei den Videos, oh, ja, wie langweilig, dann wollte ich es mal installieren, ausprobieren und es ist richtig cool, also ich finde es sehr gut, mal ein bisschen schnupfen, bin ein bisschen erkältet, aber ein Video kann ich immer mal machen, ach, Mist, ah, Mist, ah, ja, man merkt es schon, vielleicht bei der Stimme, dass ich ein bisschen erkältet bin, boah, war das knapp, nein, oh Leute, Entschuldigung, ich verkacke gerade nur, ja, Clash-Royer mache ich auch bald wieder, morgen oder übermorgen, jip, ja, leider sieben Abonnenten, das finde ich nicht gut, wenn wir auf fünf runtersteigen, dann, äh, beende ich meinen Kanal, das ist wirklich so, das mache ich jetzt nicht als Spaß, aber welche mir folgen und so, dann sage ich es denen, wie er mein neuer Kanal heißt oder irgendwie und dann geht es besser, also dann tue ich sofort den neuen Kanal. Ähm, Cheyenne Lorenz, darf ich mal fragen, wie alt du bist? Mist, wie alt du bist, also nur eine Frage, ne? Boah, war das gerade knapp, Mist, 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 Mist. Drei Minuten 40 Ohhhh und jetzt? Warte, 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 ich töte mich kurz. so warte gibt es einen neuen ball und er ist so durchsichtig ne 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 so oh cool eine schraube eine schraube eine schraube das ist richtig cool mit diesen skins so eine art zu gehen ja fortnight geht gerade bei uns nicht man ich war so hart dran oh man Leute entschuldigen dass ich die ganze Zeit voll verkacke so komm jetzt muss ich hier ah als ob ich darf nicht so gut ein also ich darf nicht so heftig einlenken sonst wird es doof oh man alter komm jetzt schaffe ich es boah als ob okay jetzt jetzt muss ich es schaffen und jetzt hektik und so ist besser ich sag nix ja ob das video euch gefällt das weiß ich nicht aber ich versuche es aber ich versuche es dass es gut wird und jipp morgen kommt auf jeden Fall ein video alter warum sterbe ich oder keine ahnung oh mein gott oh mein gott so jetzt muss ich mich langsam konzentrieren warte ich bin kurz leise okay ich bin kurz leise noch ein bisschen so bitte bitte schaffe ich das was okay wir sind gleich unten bitte nein Mist schreibt mal in die kommentare wie gut ich da drin bin schlecht mittel oder gut schreibt das in die kommentare also es ist auf jeden fall schwer das müsst ihr auch verstehen ich kann es auch selber bei mir versuchen bei level 16 irgendwie weiter zu kommen okay wer ein profi ist okay aber ich ich profi ne auf jeden fall nicht aber ich versuche mein allerbestes auf jeden fall außer klasse bin ich der höchste in level und glaube auch der beste keine ahnung jipp glaube oh gott aber wenn ihr mich jetzt sieht da bin ich glaube der schlechteste weil wenn ich es so ein bisschen durch gespielt habe dann also wenn ich so ein bisschen lange spiele habe ich wieder den dreh raus und dann kann ich wieder gut spielen aber sonst okay ich bin noch mal kurz leise ach warte ach warte 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 Leute wir müssen es jetzt schaffen macht die daumen hoch damit ich es schaffe bitte Leute wir müssen das schaffen wir müssen das schaffen nein warte jetzt drückt ihr voll die daumen bitte 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 wir müssen das jetzt schaffen Bitte, 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 Leute. Okay, noch einmal, noch einmal. Na, ne, noch einmal. Noch einmal. Leute, jetzt, bitte, bitte. Wo war das? Snab. Ah, da ist wieder diese Wand. Ah, ist das schwer. Alter, ist das schwer. Bam. Okay. Alles gut. Vielleicht mache ich auch mit 13 wieder einen neuen Kanal. Könnte sein, muss nicht sein. Aber es könnte sein. Ich schreibe es dann, äh, ich sage es dann auch im Video schon auf jeden Fall an. Wow, war das knapp. Okay, noch einmal. Leute, jetzt drückt mir die Daumen wie ein Schwein. Bitte, 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 Alter. Als ob, als ob. Als ob, als ob, als ob. Leute, ich muss wenigstens in diesem einen Video Level 17 werden. Leute, ich möchte das doch nicht so machen, dass ich einfach gar nicht ein Level hochgestiegen bin. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Als ob, Junge, als ob. Ich raste gerade aus. Das ist ja unfassbar, das ist unfassbar. Das ist, das ist einfach, keine Ahnung. Das finde ich recht, richtig, richtig schade. Das finde ich sehr schade. Ja, letztes Mal nur zum Austesten, so, ob ihr es mögt, 2 Minuten. Jetzt sind wir schon auf 10 Minuten nach 30, 32, 33. Also, schon ein bisschen mehr, ne? Alter, das ist ja fast unmöglich. Komm, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Bitte. Boah, war das knapp. Yes, Leute, jetzt müssen wir abzocken. Leute, drückt mir jetzt, äh, rie, äh, nochmal. Drückt mir jetzt richtig die Daumen. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh Mann. Als ob. Als ob, muss ich immer so verkacken. Das ist unfassbar. So, jetzt werde ich, jetzt werde ich sauer, jetzt werde ich sauer. Ich möchte jetzt zeigen, dass ich ein Level Wings in einem Video schaffe. Ach, Alter, als ob, Leute. Leute, Entschuldigung, aber nächstes Video werden wir wirklich aufsteigen. Bitte. Glaubt an mich. Komm, jetzt, letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Oder fast letzter. Oh Mann, jetzt, jetzt bitte, Leute. Mann, warum, warum schaffe ich das nicht in einem Video, Alter? 15 Minuten. Ich spiele fast 15 Minuten und schaffe das nicht. Als ob. Das ist ja unfassbar. Das ist unvorstellbar. Junge. Das ist unglaublich. Komm jetzt, bitte. Jetzt muss ich einen raushauen. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft.